Vincent Griechmeier holt die erste Goldmedaille für Österreich in Cortina. Unsere ÖSV-Damen bleiben nach dem ersten Rennen ohne Medaille. Und unser Birtlon-Team holt in der Mixed-Staffel WM Silber. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Was für ein Start in die Ski-WM für Österreich. Heute ist die Ski-WM in Cortina-Dampetso nach den vielen Absagen endlich losgegangen. Und beim ersten Rennen der Herren holt sich Vincent Griechmeier Gold. Der Super-G-Vizeweltmeister von 2019 hat seine Favoritenstellung damit eindrucksvoll bestätigt. In einem Rennen, das von Ausfällen geprägt war, hat der Oberösterreicher vor dem für Deutschland startenden Romet Baumann und dem Franzosen Alexis Pintero gewonnen. Olympiasieger Matthias Mayer hat die Medaille nur knapp verfehlt. Er holt hinter dem Titelverteidiger Dominic Paris aus Südtirol Platz 6. Grund dafür war wohl der Sprung, der für viele Läufer zum Verhängnis geworden ist. Mayer hat davor zu viel Tempo rausgenommen. Das war zu vorsichtig, so Mayer. Der Megasprung und das danach tückisch gesetzte Tor hat bei den Herren für viele Ausfälle gesorgt. Auch Christian Walder, der mit der Startnummer 1 an den Start ging, war davon betroffen. Ebenso nicht ins Ziel geschafft hat es Max Franz, der den Vertiginsprung zwar schlau gefahren, aber dann nicht mehr in den Rhythmus gekommen ist. Der Super-G der Damen ist am Vormittag leider ohne Stockerlplatz für unsere ÖSV-Damen ausgegangen. Bei Lara Gut-Berami hat es aber endlich mit der ersten Goldmedaille ihrer Karriere geklappt. Und das bei ihrer sechsten Weltmeisterschaft. Den WM-Titel hat sie sich mit 34 Hundertstel vor ihrer Landsfrau Corinne Sutter geholt. Michaela Schifrin hat sich die Bronze-Medaille gesichert. Tamara Tippler hat als beste Österreicherin Platz 7 geholt. Die 29-jährige Steirerin hat eine risikoreiche Fahrt geliefert, ist aber nicht fehlerfrei geblieben. Auf die Bronze-Medaille haben dann vier Zehntel gefehlt. WM-Debutantin Ariane Redler hat als zweitbeste Österreicherin beim Super-G in Cortina den 16. Platz erreicht. Hinter ihr holt sich Christine Scheier Platz 17 und Stephanie Venier ist nicht über Platz 20 mit mehr als zwei Sekunden Rückstand hinausgekommen. Morgen geht es für unser ÖSV-Team mit den Trainings für die Abfahrt weiter, die am Samstag für die Damen und am Sonntag für die Herren dann jeweils über die Bühne gehen. Erfreuliche Nachrichten hat es gestern bei der Biathlon-WM in Slowenien gegeben. Österreichs Team hat mit einem Traumauftakt überrascht. Unsere Mix-Staffel mit David Komatz, Simon Eder, Dunjats Dutsch und Lisa Hauser hat sich die Silbermedaille geholt. Das Quartett hat mit Abstand die beste Leistung des gesamten Feldes am Schießstand gebracht. Insgesamt haben sie bei 40 Schüssen nur zwei Nachlader gebraucht. Und das, obwohl sie mit einer schlechten Nachricht in den Tag gestartet sind. Rico Groß, der Trainer des ÖSV-Teams, wurde nach seiner Ankunft positiv aufs Coronavirus getestet. Das norwegische Team mit Johannes Böe hat sich Gold geholt, die schwedische Staffel Bronze. Genauere Infos erfahren Sie heute im Gespräch mit Sport-Experten Max Marderlik bei Steilhang um 19.30 Uhr auf KRONE TV. Heute Abend um 19 Uhr geht das Finale der Klub-WM in Doha über die Bühne. Dabei hat der FC Bayern München mit David Alaba gegen Tigres UANL aus Mexiko den nächsten Titel im Visier. Aber kurz davor gibt es eine Hiobsbotschaft für die Bayern. Thomas Müller ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit dem positiven Test ist klar, dass er beim Endspiel nicht mit dabei sein kann. Bei der Einreise am Samstag in Katar sind noch alle Profis negativ getestet worden. Auch Jerome Boateng wird beim Finale der Klub-WM nicht mit dabei sein. Der Verteidiger ist wegen dem Tod seiner Ex-Freundin Kasia Lenhardt vorzeitig abgereist. Das 25-jährige Model ist am Dienstag tot in Berlin aufgefunden worden. Erst vor ein paar Tagen sorgte das Paar mit ihrer Trennung für Schlagzeilen. Das waren die wichtigsten Sportschlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Donnerstag und bis morgen im KRONE-AT-Sportstudio.